Ach, ja... Dieses Vorproduzieren ist halt zum Teil nicht anstrengend, ne? Weil ich jetzt halt irgendwie bis nächste Woche Dienstag vorproduzieren muss. Oh! Ah, guck mal, da sind die Löcher. Ich darf aber auch wieder zurücklaufen. Ist alles Moneta so viel, wahrscheinlich. Oder viel. So. Hier, noch ein Windsplitter. Da haben wir noch ein paar Wölfe. Hallo! Mal schauen, wenn ich mich anstrengen habe. Das Knie hat mich zu sehr. Ich brauche keine darauf, dass wir uns geholfen haben. Warten, und nicht wirst gehen. Der Hut aus. Oh, ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht, oder? es sind doch zu 99 prozent werde ich da jetzt gleich dingens finden da hinten schleime drinnen da nicht aber hier haben wir noch ein item da vorne wahrscheinlich der dahinten da ist er Ich bin ein Komplikator. Ich bin ein Komplikator. Okay. Was hat er denn für ein Problem? Da ist noch was. Da ist noch was. Hau dir um. Steckt jetzt Europien. Und? Die Wüstenasche, das ist gut. Die brauche ich. Ornachsstein. Jetzt der Eingang zur Ruine. Okay, wir brauchen jetzt ein paar die Nebenquests erfüllt. Sehr schön. So. Da waren wir. Da waren wir. Noch so ein bisschen was. Hier kann man hoch. Da ist noch ein Item. Ich finde es tatsächlich ein bisschen schwierig, dass man hier keine, ähm, keine Karte hat. Oh, hi. Noch mehr Wüstenasche. Sehr schön. Oh, hi. Ich hoffe, dass wir heute einen schönen Stream. Hi, 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 hi. Danke, danke, danke. Schön, aber kurz. Was habt ihr Schönes gemacht? Sehr gut. Ah, okay. Na dann. Schönen Tag dir noch. Vielleicht hört man sich irgendwie noch mal. Semester gespielt. Oh. Cool, cool. Support. Küste. Danke, danke. Bis irgendwann. So. Natürlich. War ja klar. Ah, Alter. Haben wir, haben wir. Sehr gut. Sehr gut. Kann man was tun, ne? Äh. 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 Schade, 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 schade. Aber da haben wir noch nicht. Stimmt. Das wird... Interessant. Äh. 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 Eine Kiste. Damit. Äh. Okay. Sehr schön. Äh. Keine Slimes. Okay. Item. Nö. So. Dann. Auf geht's, auf geht's. Drei Tage weit, würde ich sagen. Was haben wir hier? Ich sehe schon, was passieren wird, was wir tun müssen auf Dauer. Ich sehe schon, was passieren wird, was wir tun müssen auf Dauer. Ich sehe schon, was passieren wird, was wir tun müssen auf Dauer. Wir werden wahrscheinlich dann irgendwo noch einen Battle Bereich haben, wo wir dann halt kämpfen müssen. Wir werden irgendwie auf so einem Schlüsselkram stehen müssen. Wir werden die Tür öffnen, oder? Ohja! Das ist alles ein Zeck, oder? Ach, du hast es nicht. Was wird das denn? Was wird das denn? Okay. Ich bin nicht auf. Das ist ein Zeichen der Schwell. Ich bin nicht auf. Ich bin nicht auf. Ich bin nicht auf. Ich bin nicht auf. Okay. Da ist die Kale da. Aber ich will das eigentlich gar nicht. Ich will mich hier mal ein bisschen um. Wenn ich immer davon aus. Was hier überall irgendwo Items rumliegen können. Ah, guck mal da. Achso, die Bäume sind aber am Klippe. Ah, gut. So, Gegner. Sehr schön. In dich rein. Oh mein Gott, das macht sogar Schaden, wenn ich in dich reinschlittert. Das ist ja witzig. Das ist ja witzig. Okay, das ist ja witzig. Ich bin nicht in dich. Äh, last one. Da hinten. Dash in seinen Angriff rein. Tschüss. So. Hier ist noch eine Kiste. Eier an. Eier an. Eier an. Das wird ja lustig. Das Spiel ist halt auch noch so klein. Bin ich bestimmt nie was übersehen. Niemals nicht. Was steht hier denn? Eier an. Ah. 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 Okay. Aber da knapp. Aber da knapp. Wie. Eier an. Das ist doch so ein riesiges Spiel, und überall gibt es irgendwelchen Stats. Ah, 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 ah. Sein Grabverstand, gut. Ach, jetzt kommt's auf. Ah, ja. So, die andere vier haben sie schon selber gekillt. Ah, das scheinen sie selber gekillt zu haben, sehr gut. Daher nimmt ich noch ein Alter. Oh. Oh, no. Ah, aber wir brauchen den Golem-Finger für die Quest. Oh, dann kriegen wir selber Schlüssel. Na gut, dann wollen wir mal warm. Der wird wahrscheinlich aktiv, sobald wir uns hier draufstehen, oder? Ähm, oder halt zumindest ab einer gewissen Zeit. Warte, guck mal, da bitte mal drauf, geht das noch schneller, nee. Oder der wird aktiv, wenn wir den... Ah, nein. Oh, da bitte mal, da bitte mal drauf. Oh, nein. Ah, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Da bin ich aber auch gerade hart in Abusack bekommen. Das ist ein Break. Hätte ich vielleicht doch einfach ein bisschen anders spielen sollen, aber es ist ja okay. Hier ist ein Break. Hier ist ein Break. Das ist ein Break! Wir haben jetzt eine Break. Okay, wir haben gewonnen. Die D-A-Chan hat die Beste verletzt. Wir werden nicht mehr leidet. Wir werden nicht mehr leidet. Wir werden nicht mehr in den D-A-Chan. Wenn wir zugehoben sind, ist das gefährlich? Wir haben es nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Alle kriegen sein Level ab. Ach, die anderen Level sind sogar mit. Oh, das ist ja interessant. Das wusste ich noch nicht. Das hab ich noch nicht gesehen. Okay, aber jetzt geht es noch schneller hier. Ich habe gesehen, dass es eine halbe Zeit ist. Ich muss nicht in diese Zeit, aber... Okay, okay, okay. Ich muss trotzdem nach Ewigkeiten, wenn man noch stimmt Dinge stehen muss. Okay, that was in Aberto. Ich muss jetzt tatsächlich mal kurz zu dem geheiligten Boden gehen. Das ist der Notfall. Okay, okay. Das ist das Gericht. Das ist der Notfall. Das ist der Notfall. Äh, ich habe mich vorbeigeflopfen. Ich habe mich vorbeigeflopfen. Hä? Wenn es nicht mehr geht, dann kann ich es nicht mehr. Schön, ne? Ich habe dich gesehen. So. Schön. Ich habe den Boden geholfen. Batschli, Bata,どうぞ. So. Dann. Gucken wir jetzt, dass es mal gleich. machen wir nachher den sich die der reihe nachmachen natürlich interessant dann müssen wir jetzt an denen der ganz anders es ist sehen hier ist einfach durchgedürcht ein altes dokument ein bisschen auf den keks wenn dieses ganze immer rumrutschen hier gegner das heißt wir waren da noch nicht ich habe schon sehr gut da ist auch noch mal eine kiste guck mal noch eine silberne alles mit der ausgangspunkt da sind noch gegner da oben wird auch irgendwas drauf sein die frage ist noch was da hinten es gräbt sich irgendwas durch den sand das gefällt mir nicht schwierig einzuschätzen wo dieses ding tatsächlich dann ziemlich echt schwer einzuschätzen das ist so ein stein okay schatze schatze diese komische sandschlange sieht ein bisschen böse aus hier hin und erdschlitter das ist auch mal aufhören zu ticken dann gucken wir mal ob wir das da oben schaffen ich glaube ja nicht dran aber wir probieren es mal muss man merken wo die ganzen dinger sind damit ich die irgendwann später mal machen kann aber meistens haben die ja eigentlich ein großes level von monstern hier 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 Das waren ja jetzt hier nur... Ah doch, warte mal! Wir sind ja sogar schon im Zusatzbereich. Wie wird es, dass wir das? Das war das. Das war's. Das war's. Okay, okay. Slowed, damit das. Okay. So, gib mir mal die Goldtruhe. Danke. Ich dachte, dass wir das schaffen, um ja nicht zu sein, aber hey. Herabstützen, drei. Okay. Bums. Ähm. Ich hätte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass das so... Dass wir das schaffen. Oh, okay. I mean, I take it. Definitely. So. War noch? Da ist noch eine Kiste. Ist unbewacht. Schauen wir mal, weil sie so weit außen steht. Äh, wir haben doch bestimmt Meisterschaftsmöglichkeiten wieder, ne? Wir haben 91. Äh, da sie mein Main-Charakter ist, kriegt sie weiterhin Stuff. Was haben wir hier eigentlich? Schmetterlingsanser, schneller aufklären werden. Okay. Darunter? Weiß ich, ja. Ähm, dann hätte ich aber gerne noch ein bisschen was Defensives mit drinne. Äh, reduziert durch Brennen. Oh-pah-pah-pah. Witzig, ja. Passt zwei mal noch AP. Was haben wir hier Schönes? Das ist doch bestimmt auch noch irgendwas. Äh, das sieht doch nach einem Ding so aus. Nein, wahrscheinlich nicht. Schade. Das war noch ein Ding. Das ist ein Stein. Okay. 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 Hier ist wahrscheinlich auch noch ein Golem oder sowas, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier jetzt einfach gleich, äh, unseren... Sonst da draufstehen dürfen und dann... ...geht nix. Kann mir nicht vorstellen. Ich möchte euch voir. democracy...